Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hearthstone. So, wir werden gleich wieder in der Arena starten. Und gucken, wie sich weiter unser schöner Hexenmeister bewährt. Oder auch nicht. Und legen gleich mal los. So. Ähm. Mal gucken. Wie es gleich wieder abgeht. Oder was ich jetzt für einen Gegner bekomme. Nachdem ich letzte Runde wieder so gefehlt habe. Schön, dass ich in den Folgen, wo ich mir mein Geld für diese Arena Session besorgt habe. Relativ gut. Naja. Sagen wir so. Ich habe gewonnen. Und das erste Spiel mit dem Hexer jetzt hier in der Arena gleich wieder verloren. Mäh. Das ist Kage. Das ist dann natürlich Keder. Und das ist Parlay. Oh. Oh. Oh, bin ich denn jetzt ein bisschen müde? Geht ja ja nicht. So. Gottesschild. Ja. Ist doch ganz gut als Anfang. Da kann man noch ein bisschen Action mitmachen. Ja. Hier. Wir holen ja erstmal unseren Schildträger raus. Der würde hoffentlich erstmal ein bisschen den Gegner davon abhalten, Action zu machen. So Ja, lassen wir das erstmal so Jetzt fällt mir schon mal was lustig ein Wenn ich das machen kann Das ist scheiße Kann ich als nächster Runde den hier aufrufen Das ist kacke, das wollen wir ja nicht Wie will der jetzt haben Dann glaube ich Den Team hier einfach mal leben Und mache ihn kaputt Dann habe ich noch ein bisschen Zeit Bis Der Rekrut hier meinen Schildträger zerstört hat Geschweige denn er jetzt hier nicht Segen der Macht oder irgendwelche anderen Verstärkungstauben auf der Hand hat Nee Alles war schon mal gut So Nächste Runde dann Hole ich meinen Schildträger Äh hier Sonnenläuferin Schildträger sah ich schon So Er Bunkert jetzt auch erstmal seine Karten Und ruft nur seine Diener Also hier seine Rekruten auf Da haben wir auch noch nicht so viel Aus seinem Deck bisher gesehen Ja Okay War klar Ja Das Ist jetzt nicht so schlimm So So Na Bada 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 Bop Bop Das war's! Das ist Scheiße! Ähm... Kostet zwei weniger. Joa, warum nicht? Dann können wir jetzt hier erstmal noch Imschek rufen und Imschek rufen und dann haben wir nächste Runde die für ganz... also so gut wie umme bekommen wir die dann. Dann kostet der nur noch zwei und der ein und dann kann ich auch noch ein bisschen Action machen. Ja, okay. Ah, das ist scheiße. Na, fuck. Das gefällt mir nicht. Ja, ich hätte jetzt lieber die zwei Schaden auf einen von denen gesehen. Das hätte mir jetzt mehr gefallen. Ähm... Scheiße, ich hätte auch erst Ina ausspielen können und dann... Ja, egal. Naja, was willst du denn machen? Egal. Nächste Runde kann ich gern ein bisschen bei ihm aufräumen, sofern er jetzt nicht nur ein paar gute Zauberkarten hat. Oder eine. Um da so den Angriff zu steigern vielleicht. Was legt ein Aschenbringer? Bäh... Ist ja ein bisschen heftig. Aber okay, das K... K kostet ja auch... Acht Mana immerhin! Friert ein Charakter ein. Machen wir das mal so. So, nächste Runde kann ich ihn noch ein bisschen penetrieren. Aber bisher sieht's doch noch relativ ausgeglichen aus. Aber diese ganzen Scheiß-Sport-Kreaturen sind da einfach nur zum Kotzen. Ähm... Ja, jetzt wird der langsam zu nem richtig krassen Problem. Na ja. Handsturm und Gottes Schild. Aber erstmal werden wir ihm hier kaputt machen. Beziehungsweise erstmal sein... Sein Gottes Schild. Und dann... Wen machen wir jetzt hier kaputt? Naja. Na ja, na ja, na ja. Jetzt haben wir wenigstens mal ein bisschen was bei ihm aufgeräumt. Da sind schon mal... Zwei gute Karten gegangen. Aber immerhin hat er jetzt... Ne Waffe bekommen. Aber... Naja. Mal gucken wie es weitergeht. Baaah! Das ist scheiße. Ich glaube, das wird leider nen Loose, so wie ich hier sehe. Dämonenfeuer. Ah... Ja... Damit war's das jetzt. Ich glaube kaum, dass ich das jetzt irgendwie gewuppt kriege hier. Das ist scheiße. Weil ich nicht... Naja, das kriege ich echt nicht hin. Das ist Dreck. Wie ich kann nur meine? Fügt einem Diener. Achso, das kann ich nicht wegen der... äh... Dings. Ja. Kann ich aber leider nicht verhindern. Ja. Scheiße. Drecks Game. Ich habe wieder ein bisschen Scheiße gebaut, würde ich mal sagen. Ach, naja. Och, dann hättest du doch wenigstens mit dem, äh... Echt Silber Champion beenden können. So episch mäßig. Naja. Shit. Kann ich dazu nur sagen. So ist das halt. Mit dem schlechten Spielen. Schön. Zweite Niederlage. Für... Die zweite, äh... Für den zweiten Kampf. In der Session. Schön. Naja, äh... Ja. Toll. Wir sehen uns bei der nächsten... Runde von Hearthstone wieder. Haut raus. Ich hoffe dann wenigstens mal ein bisschen mehr Glück. Weil sonst, äh... Wird das hier langsam ziemlich eng für mich. Und... Immerhin brauche ich ja auch wieder ein bisschen Kohle. Äh... Ne. Aber... Ich würde sagen, wir sehen uns bei der nächsten Runde Hartz und wieder. Haut raus. Bis dann... Tschüss.